Willkommen zurück zum FIFA Ultimate Team Let's Play und wir spielen das Finale im Champions Shield Cup im La Bombonera. Unser Gegner, der Piggy FC, spielt mit einem Franzosen-Team, gemix mit Barclay und auch ein Spanier ist dabei, von Real Sociedad. Und wir wollen natürlich gewinnen, mein Franzosen-Team ist wieder am Start, nachdem uns Chao Moutinho im Halbfinale in der 90. in eben dieses Finale geschossen hat. Und das wollen wir jetzt gewinnen, André Ayou. Cavani geht, Cavani bekommt die Kugel, Ayou ist frei, André Ayou, der macht Chao Moutinho. So, Ayou scheitert noch, aber Chao Moutinho ist da und macht ihn rein zum 1 zu 0 in der dritten Minute. So muss das laufen, so muss das sein, André Ayou. Mit dem Schuss, der scheitert und unser Portugies im Zentralmittelfeld, Chao Moutinho ist erfolgreich zum 1 zu 0. Jetzt geht es hier schnell über die Außen, Valbuena bringt die Flanke aber ab, den UAS da. Cavani, da geht wieder André Ayou, Menez geht. Menez geht, kommt er da vorbei? Nein, er kommt nicht vorbei. Inigo Martinez, Kabul. Wir versuchen hier, oh, da kommen wir nicht ran, Giroud steckt ihn durch, ein Kulu ist dazwischen. Chao Moutinho im Zusammenspiel mit Menez, Außen geht, James Rodriguez. James Rodriguez bringt den Ball auf Gorkü, Cavani, Menez, Gorkü, feuerfrei, aber mit links, der geht daneben. Ja, wir spielen das ganz in Ordnung hier, meiner Meinung nach, bisher. Allerdings hat das Spiel gerade erst angefangen, Valbuena. Ja, ein Kulu ist da gegen Oliver Giroud. André Ayou macht das gut. Gorkü. Kann den Ball im Spiel halten, aber verliert ihn, Valbuena auf Ben Hafer. Giroud, Valbuena. Jetzt geht's tief, aber ein Kulu ist da, ne, Bedimo ist dazwischen. Da ist ein Kulu. Gorkü, Ayou, Menez, Ayou. Menez. Ayou, kommt er hin? Er kommt hin. André, Ayou, wird geblockt von Yanga und Biva. Giroud verteilt die Kugel über außen. Ben Hafer. Bedimo dazwischen, ganz stark. Menez. Gut im Zusammenspiel mit Bedimo. Menez. Da muss er gehen, kommt gegen Kabul nicht durch. Holt sich die Kugel, aber wieder Freistoß. Foul, gepfiffen gegen Jeremy. Menez. Und er spielt es wieder kurz. Ja, Ayou macht das gut. Gorkü auf João Moutinho. Der im Zusammenspiel mit Cavani, der bleibt hängen. An Evra und wer war es noch? Aber da ist wieder Gorkü. Cavani bleibt hängen an Kabay. Grenier, Clément Grenier, der sitzt bei mir nur auf der Tribüne. Vorteile für Fenn, Kabay und Abde nur. Bedimo mit dem Fehlpass. Da kommen wir nicht ran, Valbuena. Ayou dazwischen. Und jetzt muss es mal schnell gehen. Cavani. Evra spielt hinten rum über Michael Form. Ah, Martinez kann sich befreien. Ben Ava. Ah, da renne ich nebenher, aber ein Kulu. Und Foul gepfiffen, oder? Nein, Abseits pfeift er. Menez stand im Abseits. Oh, naja. Also, da hätte ich nicht gepfiffen. Fahne nicht gehoben. Giroud raus auf Grenier. Clément Grenier. Da sind wir dazwischen. Und da muss Cavani gehen. Und Cavani geht. Cavani. Das Jaguar am Biwa. Aber André Ayou. Setz dich durch. Ayou. Oh. Den haut er in die vierte Etage. Gorkyf dazwischen. Kulu. Moutinho. Gorkyf. Moutinho. Caballé dazwischen. Aber da sind wir da mit Gorkyf. Und da spielen wir gut aus. Da spielen wir richtig schön. Und außen geht jetzt Mariano. Der bleibt hängen an Patrice Evra. Und der kann sich befreien. Grenier auf Gaston Ramirez. Und der an die Füße von Giorgio Moutinho. Mendes im Abseits. Bleibt da weg. Korkyf. Cavani. Cavani. Mit einem Außenriss. Yanga Mbivafetsch zur Ecke. Wir sind hier die gefährlichere Mannschaft. Kabul gewinnt das Kopfballduell. Clément Grenier. Kann sich durchsetzen. Vorteil. Oliver Giroud. Wartet da ab. Spielt den Ball rüber. Auf Gaston Ramirez. Der setzt sich. Am ersten ist er vorbei. Grenier am Abseits. Aber am anderen da wäre er da gewesen. Ja gut. Ein Zentimeter. Nicht viel. Ja Mendes im Abseits. Ja gut. Das habe ich auch gesehen. Da braucht Ayu zu lange um den Ball zu verarbeiten. Ja Abdenur ist da gegen Grenier. Ah da spielen wir es schlecht. Aber da müssen wir hinterher jetzt mit Ayu. Da müssen wir mit Ayu hinterher gegen Ben Afer. Aber Abdenur ist da. Abedimo und da haben wir ein bisschen Kontrolle wieder über das Spiel. Und außen ist Ayu. André Ayu. Nein das ist zu weit vorgelegt. Inigo Martinez dazu. Ayu kommt nicht ran. Und der ist gut gespielt. Der ist gut gespielt auf Harden Ben Afer. Abedimo mit einem Kulu Missverständnis. Das ist das Eckball für den Gegner. Kurz vor der Halbzeit. Giroud Abdenur dazwischen. Inigo Martinez legt den Ball nach hinten. Und da rennen sie sich gegenseitig. Behindern sie sich gegen Grenier. Grenier. Und da sind wir da. Und da ist Mendes. Gut Cavani. Ciao Moutinho. Ah da ist Ben Afer dazwischen. Aber Abdenur passt auf. Und da verlieren wir den Ball wieder Halbzeit. Ne Freistoß. Freistoß gepfiffen. Na Foul an Abdenur. Bedimo gut gemacht. Gorküv auf Mendes. Gorküv. Er kriegt die Kugel wieder. Fostin Worm. Der ist drin. Der fällt hinter die Linie. Johan Gorküv. Johan Gorküv trifft zum 2-0. 45. Wir führen im Finale mit 2-0 vor der Halbzeit. Wenn auch glücklich das 2-0. Aber wir führen. Da sehen wir es nochmal. Gorküv. Mendes kann sich nicht durchsetzen. Zerstört haben wir Gegner. Fostin Worm mit dem Kopf dran. Und der Ball fällt hinter die Linie. Ganz stark. Johan Gorküv. Wie er da einfach mal probiert noch abzuziehen. Und da ist wieder Gorküv dazwischen. Und da ist Halbzeit. Es steht 2-0. Wir sind hier auf dem Weg zum Titel. Gegen PGFC. Da sehen wir nochmal das 1-0 durch Ciao Moutinho. Der da einfach da ist und sich durchsetzen kann. Und wir sind die bessere Mannschaft. Viel aktiver vor dem Tor. Und jetzt wollen wir Halbzeit 2 genauso bestreiten. Valbuena. Jetzt hakelt es wieder ein bisschen. Was ist los? Framerate bricht ein bisschen ein. Jetzt geht es weiter. Über Caballet. Aber Gorküv. Cavani. Gorküv. Kommt er da durch? Nein. Jetzt ist wieder ein bisschen der Saft raus hier anscheinend. Bei mir oder beim Gegner. Ich weiß es nicht. Hoffentlich fängt sich das jetzt im Laufe des Spiels wieder. Die erste Halbzeit ging doch ganz gut. Ab den Nur muss hin. Ab den Nur. Glück. Glück im Unglück. Da ist Mariano über James Rodriguez. Gorküv. Gorküv macht das gut. James Rodriguez. Menes geht im Zentrum. Gorküv muss hinterher. Das springt zu weit weg. Da ist Michael Wurm da. Und hat die Kugel. Evra. Da ist James Rodriguez. Cavani auf James Rodriguez. James Rodriguez zu weit vorgelegt. Der Ball. Yanga Mbivak kann den Gegner da befreien. Und jetzt geht es tief über Clement Grenier. Der im Laufduell mit Abdenur bringt die Flanke rein. Kulu. Aber er fährt Freistoß für den Gegner. Gefährliche Situation jetzt hier. Das ist Grenier mit der Flanke. Ab den Nur dazwischen. Mariano. Ab den Nur. James Rodriguez. Muss jetzt mal. Ah. Da braucht er zu lange bis er geht. Und wir machen Druck. Evra. Menes ist dazwischen. James Rodriguez. Im Zusammenspiel mit Mariano. Aber das ist nicht gut. Evra spielt hinten rum über Michael Form. Da sind wir wieder da. Ciao Moutinho. Gorküv. Ayu geht. Andre Ayu mit rechts. Michael Form. Ayu auf Cavani. Und Worm. Michael Form macht hier ein gutes Spiel. Hat aber schon zweimal hinter sich gegriffen. Ja, da gibt es Freistoß für mich. Da gibt es Freistoß für mich. Nein, den stecken wir nicht tief. Wir warten ab und schießen mit James Rodriguez auf die Hütte. Und zwar mit Carajo. James Rodriguez. Ah, den verzieht er. Den verzieht er. Das war nicht gut. Ah, da sind wir mit Cavani fast dazwischen. Mariano. Ciao Moutinho. Mariano. Cavani. Wieder auf Mariano. Der kommt nicht an. Evra spielt wieder hinten rum. Und Worm klappt die Kugel hinten raus. James Rodriguez dazwischen. Mariano. 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 Was ist jetzt hier los? Warum hakelt das jetzt? Ich verstehe es nicht. James Rodriguez. Menes. Cavani. Auf Menes. Kabul dazwischen. Ah, da sind wir fast wieder da. Weil Buena legt sich die Kugel eigentlich zu weit vor. Da kommen wir trotzdem nicht hin. Doch, James Rodriguez kommt hin. Und Menes im Abseits. Menes ist so ein bisschen der Abseits-Schleuch. Gleicher. Und jetzt unterbricht der Gegner. Will er nochmal wechseln. Oder merkt er, dass seine Frame-Wright hier ein bisschen unten ist. Wir drücken mal auf Weiter. Mal gucken, wann der Gegner zurückkommt. Also wir führen hier 2-0. Wir sind die aktivere Mannschaft. Haben auch noch Chancen, ein drittes zu machen. Und das müssen wir jetzt langsam nachlegen, bevor der Gegner hier zum Anschluss kommt. Und wieder Morgenluft wittert. Ich bin gespannt. Der Gegner lässt die Uhr hier runterlaufen. Mal gucken, ob er was geändert hat. Was ändert noch oder nicht. Die Zeit ist auf jeden Fall um. Und es geht weiter. Und er wechselt. Er wechselt aus. Wen bringt er? Schauen wir mal rein. Ruben und Alvarez für Evra und Grenier. Ricky Alvarez. Von Inter Mailand. Ob er jetzt hier die Wende bringt? Ich wage es zu bezweifeln. Weil da geht Gorküv. Da geht Gorküv. Und da hält Michael Form schon wieder den Ball. Mann, oh Mann. Eckball. James Rodriguez bringt die Kugel rein. Cavani. Ricky Alvarez dazwischen. Ciao, Moutinho. Auf Gorküv gegen Ricky Alvarez. Moutinho. Gorküv bleibt an Gaston Ramirez hängen. Und jetzt läuft der Konter. Wir versuchen mal ein bisschen den Weg abzuschneiden. Das klappt nicht. Mariano ist da. Ayu. Das ist gut. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Gorküv. Haut ihn rein. Eine lange Ecke. Joan Gorküv. 71. 3-0. Müsste die Entscheidung gewesen sein. Und wir gewinnen den Goldpokal. Kriegen ein Goldset. Und 2.000 Münzen. Ja, so schwach ist die Leistung des Toilters nicht. Wie Manni Bräugmann hier behauptet. Er macht eigentlich ein relativ gutes Spiel. Menes. Will James Rodriguez schicken. Kabay hat aufgepasst. Aber Menes macht wieder Druck. Kann sich aber nicht durchsetzen. Ja, da ist Abde nur dazwischen. Cavani. Ayu geht. Ayu kriegt die Kugel. André Ayu kann ja schießen. Elfmeter. Da spielt er doch den Ball nicht. Mein Jungen. Na, da will ich oben schicken. Da läuft er gar nicht. Das ist nicht so gut. Weil Buena. Ein Kulu muss hin. Ein Kulu ist da. Aber mit dem Fehler. Abde nur kann da retten. Menes. Komm schon. Geh Junge. Geh Junge. Geh Junge. Menes setzt sich durch. Und wird gefoult. Ja, da haben wir keine Anspielstation. Doch Bedimo außen. Ne, Ayu war es. Menes. Auf. Gorkyf. Gorkyf auf Mariano. Der kommt nicht durch. Abde nur mit dem Fehler. Es gibt einmal für den Gegner. Den Kopfball kann er nicht kontrollieren. Abde nur. Jetzt müssen wir hin gegen Balbuena. Das spielt da gut aus. Balbuena. Ein Bedimo dazwischen. Und da ist James Rodriguez. Und der schickt jetzt mal hier. Ciao Moutinho. Der geht durchs Zentrum durch. Aber läuft in den Nigo Martinez rein. Der Ball müsste zu lang sein. Genau ein Wurf für meine Franzosenmannschaft. Liga A-Mannschaft. Die hier mit 3 zu 0 führt. Oh. Das steht jetzt recht offensiv hier. Das müssen wir doch irgendwie ausnutzen können. Irgendwie müssen wir hier die Offensive noch ausnutzen können des Gegners. Oder wir fangen uns noch ein. Ja, ein Kulu dazwischen gegen Balbuena. Und jetzt mal kontern. Kulu Glück gehabt, dass er den Ball da sichern kann. James Rodriguez. James Rodriguez bleibt ein Youngbar im Biva hängen und spielt zum einen Wurf klärt. Ja, 3 zu 0 sollte eigentlich relativ sicher sein, auch wenn der Gegner hier nochmal versucht, Druck zu machen. Gaston Ramirez schickt der Tief jetzt hier auf. Balbuena. Der bringt die Flanke gut rein. Da kommen sie nicht an den Ball. Hart den Ben Afer und Mondanda. Steve Mondanda. Ein sicherer Rückhalt bisher im Gold Cup. Die Ecke kommt Balbuena. Giroud, Mondanda. Nochmal Giroud und da ist er drin. 3-1, 90. Er versucht wohl den Ball zu holen. Der will sich aber nicht bücken, dieser Oliver Giroud. 3-1. Wir kriegen wieder ein Gegentor, aber wir gewinnen den Gold Cup. Ganz klar. Bei 3-1 passiert hier nichts mehr. Oder Ben Afer dazwischen, aber wir haben die Kugel. Gorküv. Cavani. Macht das gut. Nochmal macht das nicht gut. Ricky Alvarez. Da ist ein Kulu dazwischen. Und ciao, Moutinho spielt das gut im Doppelpass mit Rodriguez, aber der bleibt hängen. Ab den nur dazwischen und das Spiel ist aus. Wir gewinnen den Goldpokal. Wir gewinnen den Goldpokal. Moutinho, Gorküv, Gorküv und dann der Anschutstreffer durch Giroud. Und da ist es. Genieße die Preise. 2.000 Münzen, ein Goldset. Das werden wir auch gleich noch aufmachen. Gorküv mit einer 9-4, völlig zu Recht. Hier benotet 2.703 Münzen bekommen wir. Wir schauen uns nochmal die Tore an. Ciao, Moutinho, dritte Minute. Das ist Cavani. Ayu, der noch am Worm scheitert, aber Moutinho steht Gold richtig. Dann ein Tor von Joan Gorküv. Menez kann sich nicht durchsetzen, Gorküv ist da. Naja, das war natürlich Pech für die Gegner. Und der Ball breit genau hinter die Linie von Worms Kopf. Das Tor, das zweite von Gorküv. Da sind wir 3 gegen den Keeper. Und Gorküv haut das Ding einfach in die lange Ecke, wo der Keeper zurückgeht. Das Tor des Gegners gerade erst gefallen. Giroud Mounder hält den ersten, den zweiten hält er nicht mehr. Aber das war nur noch Ergebniskosmetik. Wir gewinnen den Goldpokal. Verdient meiner Meinung nach. Auch wenn er am Ende doch noch auf 3 Schüsse aufs Tor kommt. Mir aber mit 7 Schüssen. Mehr Ballbesitz. Und das reicht. Und wir werden gleich mal gucken. Wir gehen in den Shop. Meine Sets. Und werden das Goldset öffnen. Und wir schauen rein. Wer ist drin? Wer ist drin? Bitte EA. Gib mir was Gutes. Gib mir was Gutes. Komm schon. Und Coutinho. Nicht schlecht. Nicht verkehrt. Aber habe ich schon. Aber man kann ihn verkaufen. Ansonsten noch Perez. Von Argentin. Depende Santa Fe. Liga Postobank. Kommt auf die Transferliste. Genau wie Oscar de Marcos. Die Verträge kommen alle in den Verein. Hoffenheim. Drittes Trikot. Transferliste. Trikotsatz Bremen auf die Transferliste. Den Ball können wir abstoßen. Philippe Coutinho. 4 Sterne Spezialbewegung. 4 Sterne schwacher Fuß. Gutes Tempo. Gutes Dribbling. Gutes Passspiel. Ein guter ZOM. Kein überragender wie Juan Marta. Aber für ein Gratisset nimmt man Philippe Coutinho doch gerne mit. Vom FC Liverpool ab auf die Transferliste. Der Rest kommt. Nein. Nicht schnell verkaufen. Alles in dem Verein. Und damit beende ich diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten. In der Online Saison. Mal gucken was wir da reisen können. In diesem Sinne. Euer DKH LP.